Heute habe ich eine Message für alle Partner, Freunde und Follower von HMG. Wir feiern in diesem Jahr unser 60-jähriges Jubiläum und ich möchte die Gelegenheit nutzen, sie auf einen uns am Herzen liegenden, wohltätigen Zweck aufmerksam zu machen. Seit jeher ist es uns ein sehr wichtiges Anliegen, soziale Projekte zu unterstützen und Menschen in Not zu helfen. So auch mit der IJM, der International Justice Mission. Die IJM setzt sich ein zur Bekämpfung moderner Sklaverei und Gewalt gegen Menschen. Anlässlich unseres Firmenjubiläums würden Sie uns eine große Freude bereiten, uns mit einer Spende an die IJM zu unterstützen. Unsere Spendenseite finden Sie über diesen Beitrag, per Link in unserem Story-Highlight auf Instagram und in unserer Instagram-Bio. Die Spendenaktion läuft noch bis zum Ende dieses Jahres und am Ende dieser Zeit werden wir von HMG den gesammelten Betrag noch einmal verdoppeln. Wir freuen uns über jede Spende und ihr Zeichen, dass sie gemeinsam mit uns zur Bekämpfung der Gewalt gegen Menschen in Not setzen. Ein ganz herzliches Dankeschön.